hallo hier der nadevierer und willkommen zurück bei fallout 76 wastelanders ja wo immer noch der stinkende fleischkäfig unterhalb von meinem camp ist ja aber das event scheint gerade hier nicht am start zu sein da freue ich mich alles super gut es geht weiter mit den nächsten täglichen aufgaben genau da gibt es ja nach wie vor die doppelte punktzahl mir fehlen bis 90 noch 1800 und punkte 1800 und punkte vor allem 1800 punkte und dann glaube ich aber nicht dass ich heute noch rang 91 schaffe so jetzt mal gerne gucken was gibt es noch eigentlich zu machen eine höhere stufe zu erreichen fünf challenges abzuschließen drei schlösser knacken ein vent abschließen zehn viecher killen während ich eine gruppe bin 15 viecher generell töten drei legendäre gegner von einem anderen spieler was kaufen oder an ihm verkaufen gut würde ich mal sagen shopping ist ja immer so das erste was man macht wir sagen der liebe oder die liebe mene saar 29 ich komme zu dir ich dachte gerade gut hier mitten auch gott wo hast du dein zeug gebaut hör mal das ja ach du gute güte ach du lieber lutz oh gott ach wie geil ist das denn ach wie cool ist das denn ich grüße dich hallöchen was ein schönes camp hier woher kommt man denn hier hoch ok schauen wir mal was er oder sie hat raider jetpack generell den jetpack ok was hast du patroon 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 so jagd gewerb 50 verschloss kommen machen wir das ja mal kaufen wir mal diese verschlüsse ab unachgiebig wirklichkeit ich glaube was anderes 10.000 für ein zwei sterne ding scheint eine revolutionärisch wäre gärtling laser aber da frage ich mich explodieren versuch auch sachen flächenschaden ok das weiß nämlich ob es den preis rechtfertigt 10.000 das ist echt schon einiges dafür dass nur zwei sterne sind level 50 naja das vampir das gärtling plasma ok doppelschuss maschinenpistole also explosiv entlüpter ok gut dann nehmen wir hier noch für den jagdwerk kommen den er war mit aber das so gut dann würde ich sagen heißt es ja jetzt hier kreaturen töten 10 stück werde ich eine gruppe bin 10 stück machen wir das würde ich sagen auf ganz entspannt hier beim flughafen ja komm mal das so dann warum auch immer der mir freundlich besonnen ist ich weiß es nicht so warte mal hier generell das mal einschalten oder geht es weiter hoffentlich das ist ja keine viecher ok schauen wir mal rein ob da was ist na du wie alles cool ja gut dann backe mal ein bisschen rum ja was ist da was ist da los ihr lieben ich lass sie mal hier ist in ordnung komm jetzt ne komm jetzt nicht gut also die beiden können mich mal können mich mal was ist das ey alter lupen die lupen und lupen und lappen ja hier rum so weiter song weiter song weiter song Der Timer, oder ich sage der Counter, besser gesagt, der kommt nicht wirklich hinterher. So, jetzt mal hier noch gucken. Gut, das haben wir. Kutschuk, kutschuk, kutschuk. So, fünf Viecher noch dann. Ist der Lachs ja auch fertig. Eins. Wie, hier ist nur einer. Es sind eigentlich immer ganz viele. Hammer. Also, sowas. Zwei. Drei. Drei. Gehen wir hier durch. Hat die Quest abgeschossen. Gut. Vier. Und. Wunderbar. Hau mal das. Perfekto mundo. Doch. Okay. Gut. Alles Gleichen. Ist erledigt. Dann ein Event abschließen. Einen legendären Gegner töten. Und die ganzen anderen Boom Stairs. Und machen wir auf dem Private Server. Also, mal zurückswitchen. Gut. Grums Fleischhapper. Das muss nicht sein. Einsturzgefahr. Das Virtual Falls Bergwerk einstürzt. Das. Können wir machen. Irrationale Ängste. Natürlich. Machen wir doch hier wieder den lieben. Beckham. Gehen wir zu dem. So. Wo ist er? Da vorne. Ähm. Ähm. Boah. Dem Himmel sein. Ja. Ich helfe dir. Dem Helfer. Ich kann ein. Wenn sie sie. Jo. Ist in Ordnung. Gut. All up. Let's do this. Guck mal. Geht aber hin. Ich. Hauke mich wie immer. Drum drauf. Und dann. Im Vergleich dazu. Fühlen sich Albträume wie Märchengeschichten an. Nicht, dass ich Albträume hätte. Nee, nee. Meine Güte. Höre ich da so? Ja, sag im All. Diesen Kreaturen müsste man mal Manieren beibringen. Ja, auf jeden Fall. So, warte mal. Oh Gott. Um noch zwei zu verleben. Ich müsste halt echt gucken, dass ich irgendwie wieder hier mein Radwert hochbekommen. Damit ich den ganzen Booms hier auch tragen kann. So. Mutter Natur denkt sich die allerschlimmsten Ästchen aus. Sagen Sie mir bitte nicht, dass sie schon wieder zurück sind. Die sind zurück. Und kommen näher. Und näher. Und näher. Warum Honig? Warum nicht Stöcke oder Steine? Sehr gut. Im Vergleich dazu. Fühlen sich Albträume wie Märchengeschichten an. Nicht, dass ich Albträume hätte. Nee, nee. Zwei geschafft. Jetzt fehlt nur noch einer. Okay. Was hast du? Drei Stimpaks. Und hart überladen. Natürlich. Einfach widerringen. Wenn ich nur daran denke, gestorben zu werden, wird mir schon ganz flau im Magen. Hey, alles gut. Diese Kreaturen müsste man mal Manieren beibringen. Gut. Die letzten noch. Dann ist das ja auch erledigt. Im Vergleich dazu fühlen sich Albträume wie Märchengeschichten an. Nicht, dass ich Albträume hätte. Bierige kleine Teufelsbrachen. Es ist doch genug Honig für alle da. Jetzt war das immer nur ein Yaoku-Ei, oder wie? Scheint so. No. Ach, geschafft. Und dank Ihnen bin ich noch voll funktionsfähig. Ihre Bezahlung wird versprochen. Super. Und somit Rang Nummero 90. Yeah. Okay. 3.250 Punkte. Alles nur Kopfsache. Ja, alles Kopfsache auf jeden Fall. Okay. Und das ist es, sagen Sie, wenn ich sage es nicht alle. 500.000. 1.000. Also 1.000. 2.000. 3.000. Das heißt, 250 Punkte fehlen. Das heißt, ich müsste noch 30.000 EP heute sammeln. Damit ich es hätte. Gut. Ist ja die Sache, ob ich auch den Nuclear Wind Day mache. Also es wären auf jeden Fall 2.500. Das heißt, es wäre bei... Bei, 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 bei. 2.100. Okay. Gut. Also kurz vor 91. Das passt. Gut. Dann. Den legendären Gegner töten drei Stück. Schaue ich doch mal, ob ich hier das Event beim Rummelplatz bekomme. Responder Prioritätsalarm. Seht auf, als wären diese verdammten Wölfe wieder auf der Jagd. Die Waldwache hat mehrere Rudel entdeckt. Der Aufenthaltsort des Eifers ist jedoch unbekannt. Ich wiederhole, der Aufenthaltserwolf schleunigt, finden und töten. Er legt die kleineren Rudel, um ihn rauszulocken. Achtet darauf, genug Munition dabei zu haben. Dieser große Eifers macht ganz schön Ärger. Okay. Schauen wir mal, wo die anderen sind. Für unten und da. Okay. So, warte, warte, warte. Hier hinten. So, ich habe keine Zeit. Okay. Okay. Und jetzt noch der Letzte. Mal gucken. Er ist da hinten. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, okay. Und die drei legendären auch noch. Super. Dann. Gibt es jetzt noch ein Schloss zu knacken. und eine höhere Stufe zu erreichen. Gut. Und ich würde sagen, switche ich zurück auf den Private Server. Einfach dort und weiter. Okay, dann knacken wir doch mal das Schloss bei meinem Lieblingskühlschrank hier in Flatwoods. Das Ding hat nämlich immer ein Schlösschen. So. Dann reinhauen. Auf geht's. Aber die haben echt hier das Futter dezent. Und reduziere ich jetzt die fünf Dinger. Genau. Hier ist noch einer. Alter, da bin ich erschrocken. Ah, ey. Es sitzt hier alle drin. Ey. Okay. Gut. Und dann gucken, wo es das letzte Schloss gibt. Dann nehmen wir doch hier noch die Tür zurück beim Flughafen Morgentown. Dann, wie gesagt, nur noch das Level Up und eventuell die drei Stimpaks in Nuclear Winter. So, dann schauen wir mal bei der Mutti vorbei und gucken, was heute für ein Bums bei rumkommt. Vielleicht hat sie ja was ganz Entspanntes. Mal gucken. So, erstmal mitnehmen. Den behalte ich. Bei den ganzen drei Sterne kruscht. Das ist bei mir kaum. 30 Punkte übrig. Jetzt haben wir den Beirrtköl. Noch irgendwie was. So, warte ich mal das nächste Jahr aus wie den Schlag kriegen. Den Schlagstock und das Schwert. Okay. Super. 214 Scheinchen. Meine Liebe. Ich brauche was. Was Gescheites. Ne. Ne. Das Vampires Kyrolator. Nö. Alles. Nichts. Mein Lieber. Gut. Wir hätten es auch anders sein können. Alles gleich. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auf den Hummel und holen uns das Level Up. So, machen wir das. Schrott werfen. Damit geht's los. Was schön ist. Was mit den coolen Kids vom Autoscooter umhauen. So. Und auf geht's. Und dann würde ich hier treffen. Jawohl. Hat er gezählt? Der hat gezählt. Ja, auf jeden Fall. Ja, nein. Und den hat's noch. Gut. Wunderbar. Schnell verdientes. Geld und Scheinchen. Und vor allem EP. Sehr schön. Dann. Letzte Ding hier noch. Die. Futterschlange. Erstmal leicht verderbliche. Hotdogs fressen. Gell. Habt ihr auch schon den Toss? Ihr Lieben. So. Wo lümmelt noch einer rum? Hört es? Da. Gehen wir mal die Haube noch weg. Nicht, dass der mich hier den Z abnervt. Okay. Gut. Dann. Auf geht's. So. Hey! Sie wieder! Schön, Sie zu sehen, Schätzchen. Sie kennen das ja. Fangen Sie an, wenn Sie bereit sind. Ja. Aber erstmal nervt mich hier der Lümmel. Der die Lümmel? Gut. Hopp. Dann. Wie ich sagen. Serviette hier. Schön. Okay, Hanni. Auf die Plätze. Ja. Fertig. Ja. Los. Ein Hotdog. Oh Gott. Oh, ist das furchtbar. Und hier kommt der Nächste. Oh, das ist lecker. Oh, der entschuldigt hier. Oh. Oh Gott. Ja. Alter, Alter. Wo kommt die hier denn jetzt? Ey. Lutsch mir doch die Nüsse. Das ist doch eine Kacke. Jawohl. Also, komm jetzt. Jawohl. Oh Gott. Oh Gott. Und da muss ich sagen. Den auch noch. Mensch, Liebling. Das war ja ziemlich beeindruckend. Ja, okay. Gut. Alles gleich. Dann. Ist das ja auch erledigt. Stufe 126. Glückwunsch, mein Großer. Ich freue mich für dich. So. Jetzt. Heißt es noch. Die Stimpacks in Nuclear Winter machen. Dann wäre ich bei 3300. Das könnte ich noch machen. Dann hätte ich genug Score-Punkte für Rahmen 91. Gut. Würde ich sagen. Mach ich das noch. Mal gucken, wie lange es dauert. Und dann. Ja. habe ich das auch für heute geschafft. Okay. Schauen wir mal, ob das ein guter Spot ist. Ja. Sieht gut aus. Okay. Gäbe es in dieser Runde einen guten Kandidaten, würde niemand von Ihnen überleben. Ja. Danke. Okay. So. Ich brauche Stimpacks. Die. Was ich jetzt finden. Um. Überhaupt hier weiterzukommen. Abgelaufenes Stimpack. Abgewählt. So. Was sind hier jetzt für die abgelaufenen Stimpacks? Das bringt mir nichts nach. Oder? Sie sind nicht in der Schutzzone des Sturms. Das ist schon mal eins. Sie werden im nuklearen Feuer sterben. Ich brauche jetzt noch Schaden auch. Shit. Ich brauche jetzt erst noch mal hier den Schaden. Ich brauche jetzt erst noch mal hier den Schaden. Anzeigen lassen. Ich hoffe, ich kriege das hier in eine Sitzung hin. Okay. Okay. Jetzt benutzt. Nur noch zwei finden. Schauen wir mal an, ob ich da Glück habe. Es ist schon ganz viel gestorben, hey, Wahnsinn. Ich kann schon mal da vorne beim Lastwagen, ob da was ist. Kisten sind ja viele. Da muss halt auch nur was drin sein. Da haben wir eins. Sehr gut. Keine Frage mal gucken. Schnappkauz. Ne, 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 Ringerrüstung jetzt. Das habe ich an. Ringerrüstung, okay. So, da ist alles leer. Kann ich das eigentlich jetzt schon benutzen? Geht das? Aber es bringt nichts. Also ich muss schon Schaden nehmen, okay. Dann wird das auch hier. Okay, aber er hat es nicht benutzt. Er hat es nicht benutzt. Gut, weil ein volles Leben. Okay. Für die Namen muss man aber nicht das, was ich will. Ich will einen Stimpack. Oh, was ist denn hier? Warte, oh mein Alter. Das wird nichts. Okay. Ein Stimpack ein, einzelnes Stimpack. Dann ist mir der Nuklear Storm hier hinter mir. Komplett hooper. Abgelaufen ist der Stimpack. Mega. Okay. Jetzt geht los. Okay. Also, los geht's. Zwei Stimpacks. Boah, das sieht so cool aus, ne? Okay. Okay. Ich hab noch eins, oder? Ich hab noch eins. Ja, 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 ja. Okay. Und das letzte. Mega. Alles Gleichen. Ja, ja, Rang 91. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Gut. Kann die Daten sterben und der Test geht weiter. Das ist für Sie sicher kaum vorstellbar. Ja, das passt. Gut. Wunderbar. Jawohl. Ab geht's zurück. Und dann, 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 dann. Schauen wir doch mal, was hier drin war. Mit Rang 91. 150, 150 Atome. Sehr schön. Und dann nochmal 100 Goldbarren. Sehr schön. Gut. Der Vorsprung ist auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder ausgebaut. Und 9 sind noch vor uns. Und das heißt, morgen mit den 5000 können wir auf jeden Fall 1,5 Ränge schaffen. Ja. Sehr schön. Schauen wir doch mal. Dem Ziel auf jeden Fall sehr, sehr nah. Ich freue mich mega, wenn es bald rum ist. Und bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Würden mich freuen, wenn wir beim nächsten Mal auch wieder mit Weihwert. Bis dahin. Macht es gut. Bleibt gesund. Und ciao. Ciao.